Niemand darf wegen seiner sexuellen Identität diskriminiert, verfolgt oder sogar bestraft werden. Die Realität für viele Homosexuelle ist aber eine andere. Viele Frauen und Männer erleben in unterschiedlichsten Staaten der Welt, dass sie wegen ihrer Homosexualität diskriminiert, verfolgt oder sogar bestraft werden. Ganz aktuell erleben wir diese Homophobie in Russland und deshalb fordern wir, dass damit Schluss sein muss, Homosexuelle müssen genauso frei leben können wie alle anderen.